Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu Kotlin. Heute geht es weiter mit Listen und wie wir Elemente einfügen können oder auch löschen können. Und das kennen wir eigentlich auch schon soweit. Wir haben hier Basic List Plus gleich 5 gemacht. Das ist im Endeffekt genau das. Ich gebe hier nochmal kurz die Basic List aus. Dann sehen wir das direkt, was hier eigentlich Sache ist. Und wir sehen hier, okay, wir haben eine Liste aus 1, 2, 3, 4 und 5. Wenn ich jetzt hier allerdings mehr als nur ein Element einfügen möchte, dann muss ich nicht jedes Mal Plus gleich 5 und so weiter sagen, Plus gleich 6, Plus gleich 7, sondern ich kann natürlich auch zwei Listen einfach konkatenieren, sagt man da. Das heißt, ich kann zwei Listen hintereinander fügen und das kann ich auch machen mit List of 5,6,7,8 mit so vielen Elementen, wie ich möchte. Und anschließend kann ich zum Beispiel auch noch ein einzelnes Element einfügen, wenn ich das so will. Und ja, das führt dann natürlich dazu, dass ich hier im Endeffekt mehrere Listen hintereinander habe. Wenn ich jetzt allerdings hier zum Beispiel Plus 9 eingebe, dann sehen wir hier, dass einfach die 9, also quasi hier, das wird erstmal aufeinander ausgeführt. Das heißt, wir addieren List of 5,6,7,8, also die Liste 5,6,7,8, packen wir das Element 9 hinten dran und dann führen wir das aus und addieren das sozusagen auf die Basic List drauf. Das heißt, wir haben jetzt hier die 9 einfach zweimal drin, weil wir sie hier unten ja auch nochmal einfügen. Also das funktioniert wunderbarstens alles und ja, so kann ich neue Elemente einfügen. So, jetzt denkt sich wahrscheinlich der ein oder andere, ja, das ist alles schön und gut, aber wie kann ich zum Beispiel hier, also genau an diese Stelle, an die, wenn wir mit 0 anfangen zu zählen, 1. Stelle, also 1. Stelle, wie kann ich da was einfügen hinter die 1? Und das geht auch, indem wir hier tatsächlich ein add aufrufen mit einem Index. Diese Funktion plus, also Basic List gleich Basic List plus 10, ja, dieses plus hier, das ist im Endeffekt nichts anderes als ein Aufruf Punkt add, ja, Punkt add fügt ein Element ganz hinten ein, okay. Okay, leider habe ich euch ja schon gesagt, dass diese, naja, dass diese Basic List hier, die normale Liste nicht mutable ist. Das heißt, ihr könnt mit einer normalen Liste tatsächlich nicht ohne weiteres zumindest ein solches Ding erstellen. Also quasi eine neue Liste, die dann einfach ein Element an einer bestimmten Stelle hat, also quasi hier eingefügt ist. Das geht mit einer normalen Liste so nicht. Ihr müsstet dann quasi diese Liste aufteilen in zwei Unterlisten und anschließend dann im Endeffekt dieses Element einfügen. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch nicht dieses Mal, sondern die, ja, vielleicht nächsten paar Male. Weiß noch nicht genau wann. Auf jeden Fall, wenn ihr Elemente löschen wollt, funktioniert das auch wunderbar. Und zwar könnt ihr das mit dem Minus-Operator machen. Basic List minus gleich oder gleich Basic List minus und da könnt ihr dann auch wieder ein Element einfügen oder rauslöschen, besser gesagt. Achtung, das ist die Liste davor und das wird gleich die Liste nach dem Entfernen sein. Wir sehen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja. Das heißt, wir haben eine 9 immer noch drin, obwohl wir eine 9 gelöscht haben. Das ist im Endeffekt die erste 9, die wir gelöscht haben. Ich mache das jetzt mal andersrum. Ich hänge dieses plus 9 hier oben ran, ja. Dann sehen wir nämlich, okay, ähm, vielleicht mache ich das doch andersrum. Moment. Erstmal hier vor dem Löschen ein Element, äh, alle Elemente ausgeben und danach nochmal alle Elemente rausgeben. So, ähm, wir sehen, bevor wir löschen, haben wir diese 9 hier drin. Also 1, 2, 3, 4, 9, 5, 6, 7, 8, 9. Offensichtlich gehört die 9 da nicht hin. Und jetzt haben wir hier nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das heißt, die erste 9 wird, also das erste Vorkommen von dieser 9 wird entfernt. Ähm, das ist eine relativ grundlegende Operation, die allerdings auch wieder noch nicht so, naja, komplett durchdacht ist. Ähm, also da kann man, hat man halt nicht so wirklich viel Einfluss darauf. Aber wie gesagt, da kommen wir auch noch drauf. So, ähm, wie können wir jetzt mehrere Elemente löschen? Das ist auch kein Problem. Wir können hier einfach sagen, BasicList, ups, BasicList bitte, minus gleich. Und dann können wir hier einfach auch wieder eine List of erstellen. Und zwar können wir zum Beispiel sagen, 2, äh, 6 und 4, ne? Ja, und was dann passiert ist, na komm, mach fertig. Ähm, was dann passiert ist im Endeffekt genau das. Wir löschen erst das Element 2, wir löschen dann das Element 6. Das finden wir hier unten auch nicht mehr. Das ist hier. Und dann löschen wir das Element 4. Und, ja, die 4 finden wir auch nicht mehr. Die Reihenfolge ist völlig egal. Es wird einfach immer das erste Vorkommen dieses, dieser Elemente hier gelöscht. Also, wenn ich jetzt hier mehrere Zweier, mehrere Sechser, mehrere Vierer hätte, dann werden die natürlich nur einmal gelöscht worden. Also, zum Beispiel so, ne? Plus, ähm, hier machen wir hier nochmal eine Plus 2 rein. Genau. Ähm, dann werden die nur einmal gelöscht. Moment. Ähm, okay. Sie werden nicht nur einmal gelöscht. Das ist mir neu. Ähm, scheinbar werden sie mehr als nur einmal gelöscht. Es tut mir sehr leid. Das muss wirklich eine Änderung sein. Und ich habe mit dieser Änderung auch nicht wirklich gerechnet. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob das wirklich so sein sollte. Also, vielleicht habe ich hier gerade einen Bug entdeckt. Aber aktuell sieht es, probiert es am besten selber aus. Aktuell sieht es so aus, als würden, wenn sie in einer Liste angegeben werden, würden alle Vorkommen eines Elements gelöscht werden. Das ist mir neu. Aber, okay, gut. Also, ihr seht's. Man kann auch mehrere Elemente löschen. Egal, wie viele es sind. Ja, ne? Gut. Alles klar. Ähm, das ist im Endeffekt alles, was ich euch zeigen wollte für dieses Mal. Und, ja, wir können hier Elemente hinzufügen. Wir können Elemente löschen. Aber halt nur auf die grundlegendste Art und Weise. Also, wir können jetzt nicht speziell ein Element rausschneiden oder sowas. Und wir können auch leider nicht sagen, ich hätte ganz gerne nur das zweite Vorkommen der 2 gelöscht. Sondern, naja, wir sind halt ein bisschen abhängig von vorne und von hinten. Und, ja, das war's erstmal von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.